Ich bin hier ab. Ich mach leid, du kannst schaue. Oh mein Gott. Ich bin von tiltet abgehauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Oh, sonst soll ich dir erklären, was gerade passiert ist. Schau. Ich habe gerade etwas geholfen, oder? Ja. Und nachher ist so eine fette Kuh gekommen. Sie hat mich abgefetzt. Wir sind am Kämpfen. Ich baue einen Mauer. Sie hat es kaputt gemacht. Ich baue aufsteigen. Und nachher gehe ich von unten. Ich hatte eine Zahl PK, oder? Und nachher hat sie mich abgeschossen. Sie hat mich nicht drauf. Ich schüsse sie ab und sie ist tot. Oh mein Gott, das ist... Ich habe sogar... Oh Jesus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie kann ich das überleben? Wie? Wie? Wie, Mann? Wie? Wie? Wie, wie? Wie, Mann. Wie ist das? Ich bin hier, das ist nicht etwas, was ich mache? Ich habe mich mal auf. Ich hab mich mal auf! Ihr habt ja noch einen Haken gemacht. Ich hab's gemacht. Ich habe das 5 Minuten. Ich weiß nicht, ich habe nicht gehört. Was ich nicht gehört? Ich habe das Haken gemacht. Du hast es nicht gehört. Du hast es nicht gehört. Du hast es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. Ich bin nur heilig. Ich habe dich laufen von mir zu HP. Wo bist du gerade? Wie viel lebt bei dir? 50. 29. Wo ist bei dir der Thanos? Nein, ich bin runtergekehrt vom Berg. 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 Nein, nein. Auf geht's mit dem Berg. Wie ist das? Wie ist die Freundin von Domingos? Wie ist die Freundin von Domingos? Ist das dein? Ich denke, es ist normal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Aber bist du tot? Ja. 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 Gau dir Scheisse, wenn du so wenig aufhörst. Ja. Kann man sich einfach schlafen. Kann man sich einfach schlafen. Du bist ja tot. Ich weiss mit Gott, ich kann es gar nicht. Vor allem mit Sniper schon 30 Schaden. Was? Wenn ich gehe, ich habe mich aufgeschossen. Ich habe mich mit 201 Schaden. Ich verstehe. Aber ich will mir nicht mehr. Ich kann es nicht mehr machen. Wolltest du 50 gegen 50? Ich werde es leichter machen. Ja. Sicher. cousin. Ich bin eh nicht mehr, wenn es das ist. Ich fühle mich aus, den ich nähe. Schauen mal so gut. Ich habe mich jetzt nicht später gehört. ... ... ... ... Wenn ich Sie im Herz begleicht habe, weisst du was du mein Drum anmachst? ... ... ... ... ... Ich muss dann zu dir heim kommen. Ist gut? ... Du darfst mich nicht, uuuh, ich fahre! Ich kann nicht mit ihm zu essen, manche völlig gut. Du willst doch auch mal zu mir, gell? Du brauchst mich nicht, aber du brauchst mich nicht. Du brauchst mich nicht. Ich weiss nicht, aber du brauchst mich nicht. Aber ich komm sicher zu einer Schule, gell? Ja, aber es gibt noch andere Schule, wahrscheinlich. Nein, ich komm dort, wo ich bin, gell? Nein, meine Mutter hat es gesehen. Oh ich hab auch zu dir geholfen. Ich hab schon mal zu dir geholfen. Ich hab schon mal zu dir geholfen, aber ich hab das Gefühl, es ist großartig, aber ich kenne dich nicht zu Hause. Ich hab mir das Gefühl, es ist großartig. Mein моей eigentlichen Spieler bei einer ganzen Dörgelstunde. Genau, es ist großartig. Es ist großartig, weil es nicht zu Hause ist. Das ist die ganze Zeit. Wohl schon,ła man. Ich habe nicht erinnert. Ich habe nicht erinnert. Ich habe ihn nicht erinnert. Wohl schon entdeckten ich mir nicht erinnert. Ich habe ihn nicht erinnert. Ich habe ihn nicht erinnert. Emmett erinnert, was ich nicht erinnert? Ich hab gesagt, Glück-Lama. Ich hab nicht gedacht, Glück-Lama. Ja, jemand schießt mich auf. Ja, Alter. Ja, Alter. Look, der finnig zu Gott. Wow. Hey, hey, hey. Hey, hey. Nein, du bist da. Was? Sorry. Wenn wir zielten und das in die Portion sterben wir direkt. Nein, wir sind nicht in die Portion. Und ich kann doch zielten. Ach so, ehrlich. Mach doch 50. Mach doch 50 gegen 50. Ja, ich kann 20 geschehen. Dann können wir Kills machen. Nur ein bisschen Kills schaffst du bitte. Tbesse ist ja die Französisch. Nö,st du bitte. Nö,st du bitte. Tja, nö,st du bitte. Ta, nö,st du bitte. Oh, nein,st du bitte. Tja, nö,st du bitte du bitte. Tja, nö,st du bitte. Da sind wir bitte. Tja bitte. Flanzösisch und Englisch! Ich muss schlücken! Ich habe immer noch die Musik gespürt, wenn ich landet, oder? Ja, aber gut, ich habe immer noch die Musik gespürt. Ich habe immer noch die Musik gespürt. Ich habe immer noch die Musik gespürt. Oah, oh.. Siehst du, die lieblings Musik? Ich habe immer noch die Musik gespürt. bin ich schlaublein aber wenn ich auf lange komme bin ich keine Lust mehr kann ja wenn du allein spielst, macht dir wohl auch Spaß ich hab zwei Trommelscheine Ich kann nicht mehr laufen, lol. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Oh der Pisser, du bist runtergefallen. wird da number one. Ich bin anpacken dabei, poquito gedauern. Sano, hier lassen die doll. Mannshirts, Helfs jetzt. Mannshirts, Helfs und confirme. Komm her! Doch, gib dir noch money! So! Schau, schau, da wird mein Ding ab! Ja, jetzt kann ich schön innen kommen! Genau, komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Und wenn ich innen komme, mach ein paar Headshots! Ich bin nicht da, ich bin nicht zu pissen! Nein, ich muss nicht aufpassen! Nein, ich muss nicht aufpassen! Ich habe mich aber übel schockiert, Alter! Hallo, Walter! Bleib im Pfiff für dich, Wotzi! Ich kann bleib im Börschen! Schau! Schau, bitte! Hinter dir! Okay! Ich brauche es nicht zu tun! Ich brauche es nicht zu tun! Warte! 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 Ich brauche es nicht zu tun! Ja ist einfach und ist es ein bisschen krank! Ich war ganz schön! Ich brauche es nicht zu tun! Ah, bitte! Das stimmt! Die ist nicht zu tun! Warte! Ah, das ist der. Oh, mir geht es. Schau, schau. Ja, Mann. Hat es genau gewusst. Schau, der Finish sogar. Und ich wird sterbe. Der Finish. Wie kommt die Lufthrappe? Das ist eine Fische. Der Finish. 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 Ich gebe einen Headshot und der haut ab. Ich schwöre, wo er ist gerade? Hey, die regelt mich so. Ich gebe einen Headshot und die haut ab. Hey, Kollege, ich brauche Hilfe. Der und der macht das. Ja, ich habe noch nicht richtig. Ich komme nie mit den Diamanten. Ich komme nie mit den Diamanten. Ich komme nie mit den Diamanten. Schau, wie viele goldige Sachen. Kommen wir mal mit. Schau mal, wie viele goldige Sachen. So, goldige, wie ist das? Ja. Was nicht internal? See? Ich habe die Springer. Wir haben die Springer, wie ein Pringles cover. Das ist ein Faktor, und bitte, 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 bitte. Es ist ein blaues, aber zu mir niemand. Wir haben den Fluch in den Furcht. Das hat sich alles gut gemacht. Die streuschen sind weg. Es ist alles eine gute Sache. Alle auf mich, okay? Okay? Ja, okay, okay. Alle auf mich, easy. Du kriegst Pussy, ich kann mich auch nicht gerade ziehen, oder? Scheiße, ja. Wenn ich glaube, Gänse wäre, hätte ich alle Gegner keine Waffe gegeben, und alle mehr, und ich. Machen wir die Zeit, die Mutter weinen. Ja. Ich muss doch gerne sagen. Ja, ja. Lüge im Shop. Ja. 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 Ja, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, ich habe das richtig heiß, ich bin mit mir. Ich bin richtig heiß. Er hat Instagram? Ich glaub eh er ist eine Freundin. Freundin? Also seine Freundin hat den besten Spieler auf Fortnite. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich komme! Ich habe das schlimmste Tod auf dem ganzen Jahr... Wieso? Was ist passiert? Er hat den Fall verdammt gemacht. Nein. Ich habe ihn untergegangen und küsst den Kopf nicht. Nachher hat er unterliegen viel sein volles Kopf. Und nachher bin ich zufrieden. Nachher bin ich zufrieden. Und nachher bin ich zufrieden. Und nachher bin ich zufrieden. Was? Oh mein Gott! Hä? Ey, alter Gnarrie! Was ist hier auf Instagram? Letzi hyper! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Oh mein Gott! Das ist Facebook! Ich habe ihn gefunden! Ich habe ihn gefunden! Ich habe ihn gefunden! Ich habe ihn gefunden. Nein! Weisst du was er geschrieben hat? Willst du kämpfen? Folgenzeichen. Der Ratshyper. Wo hat er das geschrieben? Sein Insta hat er geschrieben Willst du kämpfen? Ja. Ich bin schon der Jörg. Jetzt einen Augenblick. So kann ich jetzt mit dem Morgen gehen. Mischig der Jörg? 's kommt. Das ist eine Augenblick. Danke. Sch BYK! Oder wie sieht das denn die mit Stöhnen aus? Ich habe ihn schon gefällt. Ich habe ihn mit ihm geflogen. Sie haben ihn immer wieder mit. Sie können es nicht so sehen. Was ist eine andere Art? Ich habe eine andere Art. Am meisten Lauter? Lüten voll. Das ist so gut. Du kommst mal weg. Okay, ich komm mal weg. Scheiße, jemand schießt mich ab. Einmal nicht. Puh, ja. Ich kann mich nicht verletzen. Ich hab mich geschült. Ich hab mich geschült. Ich muss tanzen. Ich muss heißen. Das ist gut. Das ist gut. Ich mach es. Ich hab mich eigentlich. Ich mach es. Ich mach es nicht. Ich mach es jetzt. Ich mach es irgendwie. Wie viel hat es nicht, ist? Ihr... Was ist das für ein Monat? 7 4 4 5 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 6 19 20 20 30 20 21 20 20 21 21 21 22 23 23 24 24 Schau, Schatz, jetzt haben sie die Mund zu. Nein, ich habe die Kühle ausgelöst. Aha. Er hat mich zurückgeschrieben. Bist du dir sicher? Schlepp ja. Ja. So. Schlepp ja als Schlaf. Okay. So. Mach bereit. Mach bereit. Mach bereit. Ich glaube, der andere, der real Bitt ist, sind Brüder. Nein. Er kann nicht sein, da. Ja. 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 Glaubst du nicht? Schlepp. Ich glaube nicht. Nicht schon. Ich glaube nicht. Oh nein. Ich habe mich überrascht. Und da war es zu sagen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. ja ja heißt ja dann nicht gut guten tag als mir die mehrere wieder oh nein heißt ja und danke heisst vor allem in der ritt Was? Wie heisst schon wieder Nein? Was? Wie heisst Nein? Komm mal zu mir! Komm mal zu mir! Er hat mir gerade ein Material geklappt. Mir kommt keine Lust mehr. Tschüss. Prost! Prost! Warum? Weil Hilfe heisst nur die, die... 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 Nein, nein! Nein, nein! Ja, wo ist es? Ja, wo ist es? Ich heisse... Totodoya? Ne? Kanasi? Ich hätte gerne... San Custum Weisst du so? Ja, es kostet... Ich heisse Uniquem Ich heisse Uniquem Ich heisse Uniquem Eins heisst nie! Zwei heisst die... Drei... Zwei heisst die... Drei... To!! Ich heisse... Ich heisse! Ich heisse! Wir sind gut zentjarig! Ich heisse! Ich heisse! Wir sind gut! Ich herumsch clam! Wir sind gut! killed! Ich heisse! Wenn wirogene Aldmanna Der Leute brauchen gut, schwimme one... Der ist gut. Ich muss wirklich etwas... Ja. Aber hier ist es nicht. Ich komme gerade. Ich komme gerade. Ich komme gerade. Ja. Ja. Sch kiss. Hi. Vielen Dank. Oh Ja, Diego. Ja. He? He? Nein. Kench du der? Was? Kench! Obisson? Ey! Obisson, soll ich Siri fragen, wer der beste Fortnite-Gamer ist? Ok. Spiele? Wer... Oh fuck, sorry. Siri, wer ist der beste Spieler von Fortnite? Oh je, irgendetwas stimmt nicht. Bitte versuche es nochmal. Wer ist der beste Spieler bei Fortnite? Tut mir leid, ich... Wer ist der beste Spieler bei Fortnite? Das ist das Resultat meiner Werbsuche zu Wer ist der beste Spieler bei Fortnite? Bitte. Siri, kannst du mir die Frage beantworten? Wer ist der beste Spieler bei Fortnite? Oje, irgendetwas stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht, dass du so hässlich geboren bist. Eigentlich muss ich alles beantworten. Kannst du mir eine gruseligste Geschichte erzählen? Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Nein, das ist es nicht. Alles klar. Wahrscheinlich. Du musst noch nichts sagen. Achso. Siri, erzähl mir eine gruselige Geschichte. Nicht schon wieder. Doch, Schusslieder. Ist mir das egal. Ey, schau! Wegen Siri bin ich gestorben. Wegen Siri. Wegen Siri. Scheiss Snoopold, vielleicht kannst du dir nicht noch mal einen richtigen Kopf entlassen, du Pisse. Ja, Finish doch, wenn du hörst. Ja. Siri, erzähl mir eine gruselige Geschichte. Es war eine dunkle und stürmische Nacht und dann ist etwas ganz Schreckliches passiert. Du wirst denn? Was ist denn passiert? Ich habe das hier im Internet zu denn passiert gefunden. Siri, wie lange lebst du noch? Wer? Ich? Nein, deine Mutter. In deinen Kontakten gibt es niemanden mit dem Namen Nadine. Oh mein Gott, wie... Wie... Seit wann lebst du noch? Wer? Ich? Ja, du! Genau. Wie lange lebst du noch? Wer? Ich? Wie alt bist du, Siri? Wie alt bist du, Siri? Ich verstehe dich noch. Wie lange lebst du noch? Wer? Ich? Wie alt bist du, Siri? Ich verstehe nicht, warum das wichtig sein soll. Sag einfach, wie alt bist du? Ich verstehe nicht, warum das... Wie alt bist du? Manchmal fühle ich mich... Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie war das? Wie alt bist du, Siri? Manchmal fühle ich mich alt, manchmal jung. Oh, Jesus! Ich muss... Ich muss... Ich muss... ...wachsen... 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 Siri, kannst du mir V-Box geben? Du kannst die Option Siri-Einstellungen ändern... Siri, wie alt bist du? Ich verstehe nicht, warum das wichtig ist... Oh, die Nifette... Ich habe das einfach geantwortet. Es ist so schwer. Hey! Oh! Aber wieso nicht du jetzt einen Falle... Jetzt ist mir egal... Ist er runter? Ja! Oh mein Gott! Der kann auch wieder rumfallen! Du bist im Zimmer drin! Chill! Wo ist er? Der ist runter! Das ist meine Falle! Das ist meine Falle! Keine Sorgen! Er ist bei der ersten Tür vor dir! Ja! Wo ist der? Wie kommt die Tür? Was ist das? Das ist ein T-Mate! Ui! Für mich nicht! Er ist nicht tot! Aber er ist noch nicht tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Das ist ein T-Mate! Na, vorne! Nein! 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 Ich bin nicht tot! Und da habe ich noch nicht gelohnt! Nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Und jetzt bin ich auf meine Rei! Ja, nein! Ich bin tot! Ich bin tot! genau wie mir das schmutzung aber schon ganz gut das schmutzung da muss auch die blut nicht zu ah nein, da bist du 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 da muss auch Bitte auch das an. Hier kommt noch eine Kabel. Hier ist nur noch eine. Wenn du hier ein Mann bist. So. Dann kommt einfach hin. Geht doch einfach. Oh, wie schöne Ringe hast du? Hast du schon fett? Ja. Oh, wie fette Finger hast du, Alter? Wie eine Brotwurst. Warte. Der scheiß Baum. So, dann kann ich nichts verhindern. Vielleicht. Ich kann noch mit Koronaten. Guck mal, Tries. Einer ist abgehängt. Ja, Schöne. Ja, Schöne. Oh, nein. Ich habe ihn noch betroffen, ganze Schild. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ich habe keine Lust mehr hier unten zu gehen. Ist das zu viel verlangt? Ist das zu viel verlangt? Wir waren so. Aber das ist jetzt vorbei. Das war's. Genauso. Ich will nur zocken und pennen, mich nicht bewegen, nur zocken und pennen, mich nie bewegen, ich lebe in einer virtuellen Welt, das ist das Leben, was mir so gefällt. Ich will nur zocken und pennen, mich nicht bewegen, nur zocken und pennen, mich nie bewegen, ich lebe in einer virtuellen Welt, das ist das Leben, was mir so gefällt. Ich will nur zocken und pennen, mich nicht bewegen, nur zocken und pennen, mich nicht bewegen, ich lebe in einer virtuellen Welt, das ist das Leben. Hey, ich habe Doppelpump und Lami. Wie viel Material ich habe? 0 Holz, 0 Stein, 0 Metall. Sorry, 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 ich habe einen Ding 21 gehabt mit den Steinen. Ja. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Du hast 600 Holz, weißt du nicht? Hm. Weil dein Kopf ist auch aus Holz, 100 Tonnen. Also wenn ich ein Lama ziehe, habe ich 600 Holz. Nein, du hast immer 100 Tonnen, weil dein Kopf ist. Hm, was ist das? Hey, brauchst du ein Pummelwissen? Ich gebe dir aber keine. Wenn es hier so gibt. Hier, hier, hier. Es ist nicht so, dass ich es nicht her. Nein, 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 nein. Ich habe das獰o, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Für mich ist es so, dass du dich nicht verpackst und du mir verpackt hast. Es ist toll, dass du dich nicht verpackt, bist du hier. Ja, nein, nein. Ich bin ein Pummelwissen, da. Kinder die Geschmack! Der Muschach und der Muschach, ich muss die Klasse! Toni, mach nicht, lass mich sterben! WDR mediagroup GmbH 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 Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Egal, all die, dann holen sie die E-Gescheidung. Die werden die Klappen sind da und glauben, dass sie die Scheiss wegkriegen. Die sind nicht gestorben. Egal, sie zahlen nur die E-Gescheidung. Sie sind die E-Gescheidung, sie sind die E-Gescheidung, sie sind die E-Gescheidung. Ich kann nicht warten, brauchst du nicht lange, aber ich habe auch erst gedacht, er hat das auch da mir erklärt, aber auch übrigens Primer, der der Weckler, ich würde es schicken, voll mein Ausbild, aber egal. Hast du schon gedreht oder was? Ja, ein bisschen, guck mal, am Ende des Tages ist es so. Nein, ich hatte es so nicht so vorhin, das sind sie gleich mit mir. Ja, perfekt, guck mal, dann drehen die zusammen, weißt du, also. Ist okay, danke schön, bis jetzt, aber. Aber nur, mach mal nicht so jetzt. Ey, ich setze mich da hinein, einfach, okay? Ich setze mich da hinein. Mach, 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 mach. Mach, 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 mach Ich hab wahrscheinlich schon einen an den Skimmliqueren. Man lässt es nicht aus. Ja, das ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Ja, wir kommen fast zu dir. Ja, wir kommen fast zu dir. Ja, wir kommen fast zu dir. Gut, eine Liebe auf Ihre Hand. Ich werde mit den Auslaten. Die Kärlein wird aufhören. Hey! 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 Was dort leidt? Ja! Ich weiß, was er im Stab, was nie wont. Is das nicht gut? Was er nicht gut? Nein. Hey! Auf die auf die da. Ich bin ein Reil xD. hee Das ist die Kapustie. Ah, da? Das ist eine Schrocke. Ja, das ist so, dass wir hier in die Lalle haben, dass wir hier in die Lalle haben. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Da, da, da. Tuck, tuck, tuck! Tuck, tuck! Ja, ja. Komando, Komando! Ich bin hier raus, ich bin hier raus. Ich bin hier raus, dass ich die Brüste rauskriege bin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020